Jetzt geben wir voll Gas, Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Träume rauskitzeln. Wir gehen jetzt ab in den Zwergenwald, haben vorher noch unser Deck angepasst, ja, genau, zum Upgraden und dann würde ich sagen, landen wir mal bei Schnifflitchen und den sieben fertigen. So. Ah, da ist sie böse. Spirit of the Mirror, come from the far, the space, through wind and darkness, I summon thee, speak! Show me thy face! What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Not you! Famed is thy beauty, Majesty, but home, a lovely bead I see. Alas, she is more fair than thee. Alas, for her! Reveal her name! Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Snow white! Yes, sir! A mirror that knows and sees everything. How about that? The heart of snow white doth shine bright. Beware, my queen, a heart of light. Another one? Hmm. Wait. What if Master Xehanort is here? Maybe. Who goes there? Habe auch schon wieder grüne Augen, ne? Gut, eher mehr so dark grey, green, aber... Mein Name ist Terra. Ich schaue einen Mann namens Xehanort. Master Xehanort. Ich dachte, vielleicht hätte ihr ihn gesehen. Das Name ist kein Konsequenz für mich. Warte. Ah, ja. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was? Wenn du es geschafft hast, werde ich mir fragen, woher du diese Master Xehanort findest. Und die mirror will wissen? Du wirst mich fragen? Was ist die Aufgabe? Es gibt eine junge Frau, die in diesem Kastel resides. Ihr Name ist Snow White. Sie? Ich verstehe. Ich verstehe. Und sie? Sie auch nach den Harts of Light? Was ich für sie ist, ist ihr Leben. Ich habe mehr als genug von ihr Licht. Was hat diese Mädchen zu dir gemacht? Das ist kein Problem von deinem. Jetzt... Geh meine Worte. Meine Radiance ist all die Licht, die dieses Königreich braucht. Wo kann ich sie finden? Außer dem Kastel. Es ist eine Glade von Wildflowern. Du bist entspricht. Geh jetzt und suche sie dort. Ein Herz der Licht. Diese Snow White ist meine beste Chance gerade jetzt. Vielleicht wird sie mich näher an Master Xehanort. Deswegen holen wir uns auch ein Herz, ne? Nein. Ich lasse das nicht passieren. Vor allem, er müsste ja ihr das echte Herz bringen, hat sie ja gesagt. Und sie will ja nicht das Herz des Lichts. Dwarfs Woodlands. Zwergland. Zwergenwald. Ja, fast das gleiche, ne? Landwald. Tropen. Gut. Äh, ja. Speichern ist immer gut, auch wenn wir es nicht bräuchten. Tun wir es. Immer ganz neu. Seid ihr auch einer? Speichert ihr auch ziemlich oft? Und wenn ja, macht ihr immer neue oder überschreibt ihr immer? Könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Hier ist nichts versteckt. Hier ist nichts versteckt. Ich will nicht mit dir reden. Hier ist nichts versteckt. Komm schon. Warum ist sie aber eigentlich... Warte mal. Zweimal Vita untereinander? Ah. Ah. Comprende. Ai das mir. Sturmlauf. Blitz. Eta. Jetzt nicht mehr, ne? Ja. Ah. Ich hasse, das war nicht jeweils... Hier ist nichts drin. Jetzt habe ich ja das Schwert mit den kritischen Treffern, ne? Das hatte ich ja vorher noch nicht ausgewählt, glaube ich. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das aufgewertet wird, wenn man sich hielt, obwohl man nicht müsste. Müsste man mal ausprobieren, ne? Hier. 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 Rotwander Explosion. Die Kiste bewegt sich doch gleich so warm hier. So long. ja genau ich wollte jetzt würde ich mal gucken ich habe hier bitte 52 152 guck mal ich guck mal 152 ob es was bringt ja hat was gebracht gute sache grün ja dann krieg hier draus war blau war die linken ich glaube vielleicht kommt man da irgendwas okay so war das ist das nur grün ad link ja ich probiere mal mehr fitz aus zack fesselschlag verdunkeln ein bisschen hier maler fitz gründen versuche ich das mal ein bisschen mehr zimmer vielleicht bringt mir das bei entgegnern was weiß ich ja nicht cool das ist ja cool das war jetzt ihre super schlaf eigentlich müsste der dunkelheit gegen dunkelheit dürfte ja nicht funktionieren naja ich habe ich kein damage gekriegt schon wieder das eingesetzt oder dass es mir was ist ich will das haben dass wenn man getroffen wird sich fängt und gleich wieder die wie macht ne ich mach das mal weiter ich glaube schneller es geht gar nicht mehr runter dann kann ich das ja zack das ist gut da geht es hoch wieder einfach heilen einfach heilen jetzt schon wird zwar das gute ist wenn man die dann gleichzeitig wirklich rein macht und parallel rein machen kann dann sind die halt gleichzeitig fertig das ist natürlich beste so da geht es lang das geht auch was geht aber wieder runter das bringt mir nichts so ich könnte jetzt bringt mir das nächste ist das tor jetzt mal hier hinten aber es bockt halt richtig ne wo man schon so oft oder öfter durchgezockt hat das macht jedes mal wieder neu gut hier ist gar nichts okay aber da hoch aber ich hasse das da sind speicherpunkt halt dran wir gehen mal fix zurück wenn wir noch zeit gucken was hinter der tür ist moment noch hier vor mehr vielleicht ja Nochmal Feuer, das ist gut, nice. So. Na komm, wird blau. Nice, habe ich das jetzt gekriegt? Ja, gut. Durch Heel brauche ich jetzt nicht mehr so vorsichtig sein, das ist mir hat Lachs. Das geht dann auf, ne? Genau. Ich habe jetzt zweimal Feuer aufgekriegt, das ist geil. Ja, ja. Einmal hier. Zack. Cool, das wird auch. Auch wieder eine Zeit, ne? Ah, ich warte. Ich will mal gucken, habe ich eigentlich schon einen Slot mehr wieder frei? Nö. Oh, cool. Ja, aber das ist jetzt wieder doof. Wenn ich jetzt hier ein Feuer schon anfange zu leveln, dann habe ich einmal Fässer. Zählt ja nicht neu, okay, dann warten. Ich kann ja noch nicht in der Luft dashen. Das ist egal, gucken wir mal, wo das hingeht. Oh ja. Kann ich warten? Ja. Perfekt. Was, was ich jetzt mache? Deckverwaltung, nee, Kommando-Fusion. Blitz. Dafür haben wir das ja gemacht. Kann bei der Verwendung, du fügt Fertigkeiten hinzu, die Feuer und andere Elementarschäden in Höhen, natürlich, dann wird das. Blitzrar, nice. Nice. Da brauche ich nochmal zweimal Blitz, nochmal Blitzrar und dann macht man Blitz gar aus allen beiden und ich weiß nicht, ob es dann nochmal eine höhere gab, das weiß ich jetzt hier nicht mehr. Aber meistens gibt es immer noch was Höheres. Schwertwurf, okay. Okay, wir machen Feuer, Feuer und Blitzrar, weil es am längsten dauert. Ja. Perfekt. Ähm, ja. Geht's hier? Ach, da geht's wieder runter. Konnt der Stoß auf Level 2, nice. Das brauche ich ja alles nicht. Schutzformel. Äh, nein. Autsch. Ja, habe ich nur deswegen gemacht. Ja. Äh, ja. Okay, hier ist irgendwo ein Hebel oder so. Okay. Naja. Komm ich da rauf? Nee, komm ich nicht. Guck, ich hoffe es kommt jetzt gleich ein Endgegner, weil dann passt das von der Zeit noch. Kaufen. Feuer einmal kaufen, würde ich schon sagen. Magnet. Ah, Aero auch. Oh, jetzt hat man nicht genug Geld. Stopp. Ich wäre da für Vita nochmal zu kaufen. Zweimal Vita. Für Vitra denn wieder. Aber das reicht nicht. Was können wir verkaufen? Das würde ich alles behalten. Okay. Ich wäre eher für Vita, aber zweimal Vita und einmal Feuer bräuchte ich noch. Gut, dann kaufe ich nochmal. Ich habe ja Vita, also ist mir das Lachs. 30 reicht leider nicht. Zack. So, kaufen. Feuer. Aber Aero ist auch geil, ne? Ich mache jetzt mal Feuer. Ja, das war clever. Das war clever. Das war smart von mir auf jeden Fall. Ich mache Vita voll. Ich habe schon zweimal Feuer. Oh, ich bin ein Hurensohn. Wie viel kriege ich, wenn ich das verkaufe? Aber ist egal. Oh, ich bin da, würde ich echt dumm. Ich habe... Ach, Kacke. Nee, das ist nicht worth. Das ist nicht worth. Okay, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Zack. Speichern sich jetzt aber schneller. Komm, 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 komm. Ja, ich könnte jetzt... Ich mache das nicht alles nochmal neu, aber... Wenn ich das nicht aufnehmen würde, würde ich es vielleicht nochmal neu machen. Aber das war dumm. Oh, dann hätte ich mir einmal Aero schon kaufen können. Aero ist ziemlich geil und wichtig, ne? Und ich liebe Wind. Sturm. So. 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 die musik ist viel zu laut also man kann es ja nicht ändern aber die summe hört man fast gar oh hello who are you aren't you startled should i be it's true then her heart is pure light she's the one is something the matter auch wie blumenschraus zusammenhält ohne irgendeine bindung jetzt wieder vor schaden bewahren aber man kann ja sowieso fahren indem man wieder müssen wir sowieso machen um aero dann zu farmen die musik ja 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 Ah cool. Irgendwas habe ich eingesammelt. Sparfokus. Das levelt wenigstens auch unsere Fähigkeiten. Das ist halt schon mal echt geil. So schnell stirbt man. Cool. Und jetzt darf ich das nochmal level. Das ist cool. Ja ja ja. Schnauze. Fortsetzt. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ob man einen neuen Versuch machen kann. Wisst ihr? Hm. Ich weiß nicht. Let's go. Let's go. Fire! 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 Want some? Fire! 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 You're done! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Alter, ich hasse sowas, Alter. Ich hab tausendmal schon wegdäschen gemacht. Aber gut zu wissen. Nervt mich nicht, Alter. Oh, ich fresse mich. Oh, die Fresse. Ah, siehst du, so einen Dot drauf mit entflammen, hab ich jetzt zum ersten mal gesehen. Das war wichtig, richtig und wichtig. Absorbieren? Was ist das jetzt? Kann ich jetzt so zu Ende machen. Geil. Absorbieren. Aber jetzt habe ich sie auf Stufe 2. Geil. Ich weiß nicht, ob sie immer gleich Dragon ist oder ob man nur lange in ihrer ersten Phase bleibt muss. Das ist cool. Luftgritsch. Oh, geil. Ja. Ja, 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 ja. Geil, 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 geil. Guck mal, was jetzt hier alles geboostet wurde. Feuer, Feuer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020